Guten Morgen! Hi! Und los geht's? Moin Leute, wir sind in Kyoto und es ist ziemlich cool, das ist unser kleiner Eindruck, das war so ein kleiner. Aber wir haben uns eilig, denn das nicht so cool an Kyoto ist, dass es die meistbesuchte von Touristen besuchte Stadt Japans ist und wir haben es gestern schon ein bisschen gemerkt. Wir haben gestern ein bisschen rumgelaufen und wir haben gemerkt, hier sind ein paar Menschen und deswegen dachten wir, ein paar coole Aufnahmen oder auch Shots, wie die coolen Leute sagen, zu bekommen. Gehen wir jetzt Richtung den coolsten Schrein der ganzen Welt. Nein, den coolsten Schrein in dieser Stadt oder einen ziemlich coolen Schrein. Und deswegen sind wir früh gestartet, damit wir die Ersten sind, die da sind. Es ist jetzt halb sieben ungefähr und wir hoffen mal, dass wir nicht die, dass wir die Einzigen sind, die so denken. Ich bin gespannt. Also vor den Bildern hier sieht der Tempel richtig schön aus und ich hoffe, ich kann noch bessere Bilder machen als von den Bildern, die wir schon kennen. Ja, deswegen fangen wir jetzt straight hin. Und ja, ich habe mir übrigens dieses Kopftuch aufgesetzt, weil das macht jeder krasse YouTuber mittlerweile und ich dachte mir, um ein paar Klicks, um die Klickrate ein bisschen zu erhöhen, bin ich einfach dabei. Also, los geht's. Ich kann nicht versuchen, etwas sieht. I'm sorry. Es ist alles wichtig, was ich weiß, was ich weiß, dass ich hier in der Welt Das ist alles wichtig, dass ich in der Welt genauso mit dir accessoirellen kann. Es ist alles wichtig, dass man sich selbst lern kann. Die Bahnen sind hier ein bisschen teurer als in Tokio, aber nur ein bisschen, eigentlich schon ein bisschen mehr. Ja, muss ich sagen. Und wir gehen jetzt zum Fushimanari-Taichi-Schreien. Los! Das ist auf jeden Fall super schön hier von der Architektur. Und diese Viecher, hört ihr die? Das ist eigentlich eine blöde Frage, ihr werdet sie wahrscheinlich hören. Die sind so krass laut und die sind so riesig. Hier sind irgendwelche Matten oder wie nennt man die? Falter. Wir nennen sie Falter, oder? Wirklich? Ach, eine Art Krälen? Eine Art Krälen? Krälen. Ich glaub nicht, dass wir Krälen sind. Und ich frage euch jetzt mal, warum wir hier sind. Denn wir sind hier, wo wir sind. Crazy. Und das geht einfach unendlich weiter. So fett, oder? Und dann würde ich sagen, springen wir mal in den cinematischen Modus und mal gucken, was wir für Shots kriegen. Wir haben auf jeden Fall ziemlich wenig Leute hier. Das hat sich also wahrscheinlich gelohnt. Los geht's! 1 2 3 3 3 Bis zum nächsten Mal. Also ich sag euch eins Leute, es ist so krass hier, also wir laufen schon seit, also wir haben noch ein bisschen länger gebraucht, natürlich, aber es geht immer noch weiter mit diesen Dingern hier. Und es sieht so schön aus und ihr seht ja, wir sind schon relativ hoch gekommen und es ist richtig, richtig schön hier. Wie gesagt, Tipp 1, Tipp 1, komm früh und Tipp 2, nehmt Wasser mit, weil wenn ihr im Sommer da seid, Alter, ich schwitze so krass, aber der wichtigste Tipp von allen ist, bringt Mückenspray mit. Ich möchte nicht behaupten, dass ich mindestens 20 Stiche nur am linken Fuß hab, das liegt auch daran, dass wir relativ lange gestanden haben und gewartet haben, bis keine Leute vorbeikommen und so und ich wurde so zerstört. Also ich weiß nicht, mein Blut ist glaube ich aus Zucker, Zuckerwatte wahrscheinlich. Ach, Zuckerwatte. Weil Ella hat ungefähr kein Stich und ich hab ungefähr 500. ja, also es juckt. Aber ansonsten ist es echt schön hier, es lohnt sich. Ich hoffe, die Aufnahmen sind gut geworden, weil es war ein bisschen dunkel. Aber ich würde sagen, hier links, sie ist, ihr Kampfname ist Stöni, das ist auch ihr Model-Hame. Irgendwie kommt das nicht so gut an bei den Agenturen. Ja, also jetzt auf jeden Fall gut gemacht und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, wir hoffen, es ist fast geworden. Es ist super schön hier. Wir gehen später noch zu einem anderen Tempel. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier den Berg runter und vernaschen ein bisschen was zu frühstücken, oder? Ja. Es ist so warm. Es ist warm, ja? Ja. Mir auch. Ich schwitze so krass. Also würde ich sagen, Berg runter. Was sagst du dazu? Runter. Ja, eigentlich hassen wir runter, aber es wird mir schon gut. Und dann finden wir uns nicht, was leckeres zu essen. Okay, Leute. Also. Frühstück ist ziemlich schwierig in Japan. Das machen die nicht so. Also jedenfalls nichts geiles. Aber ich habe jetzt Oktopusbällchen. Klassisches Frühstück. Noch nie probiert? Ich habe gesagt, man muss sie immer probieren. Ich weiß nicht, was das für eine Haut drauf ist. Riecht auf jeden Fall gut fischig. Will ich nicht. Ich würde sagen, jetzt habe ich gerade lecker gegessen. Hm. Ah ja, ich weiß nicht. Schmeckt ein bisschen nach Oktopus, aber es ist nicht krass fischig. Es ist auf jeden Fall nicht meine Leibschweiße. Aber kann man nicht meckern. Also wenn ihr Fischfreunde seid, auf jeden Fall probieren. Wenn nicht, würde ich es mir überlegen. Okay, wir sind jetzt ungefähr 20 Minuten aus Chiapta rausgefahren. Aber war ganz easy. Nur mit einer Bahn. Kann ich euch so empfehlen lassen, an einem Tag zu machen. Was wir jetzt hier auch machen. Und wir fahren jetzt zum Biogen Tempel. Gehen wir. Ende weiß genau wo lang. Ich folge dir einfach mal. Hahaha. Ich habe keinen Tempel. Scheiße. Ich kann euch eins sagen. Im Sommer in Japan, wenn die Sonne scheint, ist nicht so geil. Also freut euch über jeden Ringtropfen, der von dir gekommen ist. Doch. Es ist überheiß. Danke. Danke. Okay, also der einzige, oder der erste Tempel, wo wir bis jetzt Eintritt bezahlen müssen. Ist okay. Ist okay. Dafür gab es hier eine Broschüre. Dafür gab es hier eine Broschüre, die wir als Fächer nutzen können. Nice. Hängt sowas ab? Überhaupt nicht. Da ist der Leute voll schön oder? Aber wir können uns hier nicht länger aufhalten. Wir gehen da ein bisschen weiter, hier ist zu warm. Also wir müssen sagen, wir sind nicht so die Sightseeing-Typen. Ich möchte entweder in irgendein Wasser reinspringen oder irgendwie Geld für irgendeinen Quatsch ausgeben. Aber das ist hier grad zu warm, aber cool sieht's aus. So macht man das doch in Asien. Voll cool, ist überhaupt nicht warm. Wir waren jetzt noch in unserem Hochmodellmuseum hier, wir sind eigentlich nur lange drin geblieben weil es krematisiert war, ne aber ohne Witz, wie geil ist diese Kultur hier, also keine Ahnung, in Deutschland, was haben wir da? Bayern, paar Lederröcke und eine Weißwurst und die haben hier halt Götter und ich weiß nicht, dann spricht er auf Japanisch irgendwie sowas, die Geschichte vor und man denkt sich so, boah wie geil klingt das alles. Also ich bin so der absolute Loser, was Geschichte angeht, ich hatte in der Schule tatsächlich ein paar mal eine 6 auf dem Zeugnis und sonst immer so fünften, aber ich muss sagen, das macht irgendwie Bock sich mal so einen japanischen Film reinzuziehen oder so, weil die, ich weiß nicht, das hat alles so einen geilen Stil und sieht alles cool aus und es klingt alles cool. Man muss den Film natürlich auf Japanisch gucken mit Untertitel, damit es auch geil klingt. Ja, ich liebe die Sprache. Ansonsten, was machen wir jetzt noch, Schatz? Schatz, die Maus. Ich weiß auch nicht. Wollen wir der Sonne entfliehen, der Sonne entfliehen. Wieso? Nein, ich weiß nicht. Ah ja, aber wir können auch hier lang gehen vielleicht. Ne, bestimmt nicht. Doch, dahinter sehe ich doch. Es ist ein bisschen so weit im Sonnenlicht laufen. Im Sonnenlicht, ahhh. Ja, mal gucken, der Tag ist noch jung. Aber wir sind schon lange unterwegs. Ja, ich glaube, wir ziehen jetzt erstmal ins Hostel und wir zeigen euch einfach mal das Hostel vielleicht vielleicht, oder? Für mich auch mehr Erkohl. Ja. Oh, geile Klima-Lage. Er hat übrigens ihre Schuhe und Tüte angepackt, damit sie nicht so stinken. Das ist auch ganz oft zu dir anfangen, so dass man sagt, hi, it's us. Dass man hier so Hausschäfte fügt. Ja. Und dann sitzt hier nah. Die Hausschuhe sind viel zu nahm übrigens. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Oh, aber war das Kücken. Okay, also das... Also das hier sind die Dorms. Das ist schon mal mega geil. Das habt ihr ja gesehen. Aufenthaltsraum, ganz klein. Küche. Und dann hier die Dorms. Richtig chillig gemacht. Das sind doch nur 15 Betten insgesamt. Und das Coole daran ist, also die haben das richtig cool gemacht, finde ich. Weil man hat hier so eine Kabine, man hat nicht nur ein Bett. Tada. Dann ist halt... Alles okay? Ich hab mir heute Morgen auch so den Kopf hier oben gestoßen. Ja genau. Dann hat man so eine kleine Kabine, wenn man die aufräumt, da kann man auch hier lang gehen. Ich kann hier nicht mehr lang gehen. Dann hat man seinen kleinen Schrank. Und das Geile ist, unsere beiden Betten sind quasi... Also man kann sich auch trennen, wo ist der Vorhang da? Sozusagen. So ist es sozusagen, wenn man alleine ist. Und mach auf! Voll geil! Also wir finden es echt super hier. Und es kostet auch gar nicht so viel. Also wir haben jetzt den Rabattpreis bekommen. Ich weiß nicht, ob das da nur auf Bucke.com steht oder weil gerade neben sie sagen ist oder so. Aber wir bezahlen jetzt... Ich glaube so 13 Euro. Ich blende es natürlich ein. Das ist wahrscheinlich immer nur so... Ja ist super Rabatt jetzt. Ist super Rabatt. Und wir so... Ach ja, Rabatt guck mal. Wir kennen doch die Tricks. Wir haben immer so mit 20 Euro gerechnet pro Nacht. Ehrlich gesagt, von dem was ich gehört habe. Deswegen waren wir so... Also super chillig. Also würde ich sagen, lasst uns was essen. Ich hab Hunger! Ich nehme das hier. Meinst du es richtig, man? Und Domi nimmt das hier. Das ist beides, glaube ich, Chicken. Chicken? Meinst du? Das sieht einfach geil aus. Keine Ahnung. Ich kenn's einfach. Das ist geil, oder? Ja, schmeckt gut. Ich finde es voll der Geheimtipp. Es schmeckt wie wenn es meine Mutti heute Morgen gemacht hat und mir ins Brotbox legt. Pack, pack. Das ist aber eine Luxusbrotbox schon. Ja, stimmt. Das war geil. Der richtige Geheimtipp. Voll vercheckt, das Video zu beenden. Ich muss schon flüstern. Gute Nacht. Vielen Dank für's euren Schild. Ich hoffe, es war super. Wie immer. Wir schlafen jetzt. Denn morgen geht's wieder voll durch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Ciao. Ciao Leute. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.